Heute soll es um die Online-Trainer-Lizenz von Ben Sattinger gehen. Wir schauen uns an, was dich hier erwartet. Du hast hier, wie der Name bereits verrät, die Möglichkeit, dich online zum Ernährungsberatner, zum Fitness-Trainer, zum Personal-Trainer, zum Pilates-Trainer, Yoga-Lehrer und so weiter ausbilden zu lassen. Du kannst das komplette Wissen online lernen, bekommst hier Zwischenprüfungen und so weiter und bekommst schlussendlich von der ZFU auch ein Zertifikat ausgestellt, wirst hier darauf vorbereitet, Kunden zu betreuen und so weiter. Alles, was du zu den einzelnen Themen wissen musst, alles, was du wissen musst, um als selbstständiger Trainer zu arbeiten, all das bekommst du hier in der OTL-Akademie, in der Online-Trainer-Lizenz-Akademie mit. Wir schauen einfach direkt mal rein. Ich möchte dir zeigen, wie das Ganze aufgebaut ist, welche Ausbildungen es gibt. Was das Ganze kostet und wie hier der Mitgliederbereich aussieht. Wir schauen einfach direkt mal rein. Let's go! Gleich vorneweg, du kannst dir die Online-Trainer-Lizenz direkt über den Link unterhalb des Videos sichern. Kraftkiste.com slash OTL ist direkt der erste Link in der Videobeschreibung. Über diesen Link kommst du direkt auf die Seite, auf der ich gerade war und kannst dir das Video der OTL-Akademie ansehen, wo dir nochmal Schritt für Schritt erklärt wird, was hier enthalten ist. Zusätzlich bekommst du von mir, wenn du dir die OTL-Akademie über den Link unterhalb des Videos sicherst, meinen Testosteron-Booster-Plan im Wert von 197 Euro kostenlos dazu. Das ist ein Videokurs, wo ich dir zeige, wie du mit bestimmten Übungen, mit bestimmten Supplements, mit einer bestimmten Ernährungsweise deinen Testosteron-Spiegel natürlich erhöhen kannst, kostet normalerweise 197 Euro, schenke ich dir in der Kraftkiste zur Online-Trainer-Lizenz kostenlos dazu, meine Lean Body Hacks, auch ein Videokurs, wo ich dir zeige, wie du fettfreie Muskelmasse aufbaust und meine Supplement Secrets, wo ich auf Supplements und Nahrungsergänzungen eingehe, die meist viel zu wenig Beachtung finden, aber einen sehr, sehr großen Impact auf Fettverbrennung, auf Muskelaufbau und so weiter haben. Auch diesen Videokurs bekommst du kostenlos dazu in der Kraftkiste, sichere dir dazu einfach die Online-Trainer-Lizenz über den Link unterhalb des Videos, kraftkiste.com.otl und du bekommst meine Videokurse dazu. Wir schauen direkt mal rein. So und hier sind wir auch schon im Mitgliederbereich der Online-Trainer-Lizenz. Bevor wir hier starten, bevor ich dir zeige, was hier möglich ist, schauen wir uns direkt mal das erste Video hier an. Hier werden wir direkt willkommen geheißen. Let's go! Herzlich willkommen an der OTL-Akademie. Mein Name ist Sebastian und auf dieser Seite unter diesem Video befindet sich die Kursübersicht. Als Mitglied kann man hier sowohl die erworbenen Kurse als auch die Demo-Zugänge weiterer angebotener Kurse sehen und testen. Nach dem Erwerb einer Ausbildung ist es jedem Mitglied freigestellt, wann die Einschreibephase beginnen soll. Dazu wählt man den entsprechenden Kurs aus und bestätigt den Einschreiben-Button. Im Anschluss ist der Kurs für sechs Monate freigeschaltet und kann auf Anfrage für jeweils einen Monat verlängert werden. Auch besteht weiterhin die Möglichkeit, einen der Demo-Zugänge zu testen. Möchte man also weitere Ausbildungen kennenlernen, kann man sich eigenständig einen Demo-Zugang anlegen. Für uns als Akademie ist es wichtig, dass sich die Mitglieder gut aufgehoben fühlen. Sollten Fragen auftauchen, wichtiges Feedback im Raum stehen oder Probleme auftreten, sind wir jederzeit auf verschiedenen Kanälen erreichbar. Ich würde also sagen, jetzt geht's los und viel Erfolg! Ja, das hat Johann Sebastian hier bereits super erklärt. Was ist hier das Ziel der OTL Akademie? Wie gerade erklärt wurde, hier ist definitiv das Ziel, dass du in einem bestimmten Bereich, ganz egal ob als Fitnesstrainer, als Ernährungsberater, als Yoga-Lehrer oder in einem anderen Bereich, selbstständig, zukünftig als Trainer arbeitest, Kunden gewinnst, diese Kunden betreust, diese Kunden coacht, mit denen du persönlich zusammenarbeitest und all diese Sachen werden dir hier in der Online-Trainer-Lizenz gelehrt. Du bist nach der erfolgreichen Durchführung der Personal-Trainer-Ausbildung, der Yoga-Lehrer-Ausbildung, der Fitnesstrainer-Ausbildung, der Ernährungsberater-Ausbildung, zertifizierter Trainer, kannst direkt deinen ersten Kunden empfangen und kannst sofort beginnen, als zertifizierter Trainer zu arbeiten. Wir schauen jetzt einfach direkt mal rein und ich zeige dir, was dich hier beispielsweise erwartet. Wir haben hier einen Demo-Zugang, das heißt, ich kann dir hier ein paar Einblicke geben. Diesen Demo-Zugang kannst du dir auch anlegen. Klicke einfach den Link unterhalb des Videos und du kannst dich direkt zur Demo anmelden und bekommst hier auch einen Blick in einzelne Ausbildungen. Wir schauen uns hier jetzt beispielsweise die Fitnesstrainer-A-Lizenz an. Hier hast du einzelne Module bereits freigeschalten und kannst hier einfach reinsehen, wie das Ganze aufgebaut ist. Die Ausbildung geht so vonstatten, die ist rein online, das heißt, du kannst die durchführen von wo, von wann und wie du willst, egal ob vom Handy oder vom PC aus. Das Ganze wird dir in Videos immer einzeln erklärt. Du bekommst hier auch immer Skripte und PDF-Vorlagen dazu, die du dir am besten ausdrucken solltest, um hier mitschreiben zu können. Hier wird das Ganze nochmal anschaulich dargestellt, wie du hier bereits siehst. Beispielsweise hier Energiebereitstellung im Sport und so weiter. So sieht das in der Praxis aus. Du bekommst zu den einzelnen Modulen, das Ganze ist ja in mehreren Modulen aufgebaut, sodass du das Handwerk Schritt für Schritt lernst. Du bekommst zu diesen Modulen jeweils immer einen Test dazu, das heißt, du kannst immer testen, ob du das Wissen dieses Moduls auch verinnerlicht hast. Und wenn du mit der Online-Trainer-Lizenz fertig bist, also alle Online-Module abgeschlossen hast, dann kommst du zu einem der Standorte in Deutschland oder in Österreich, machst deine endgültige Überprüfung und dann bekommst du dein Zertifikat. Dann bist du zertifizierter Ernährungsberatner, Fitnesstrainer, Yoga-Lehrer. Je nachdem, welches Modul du daneben angegangen bist, welche Ausbildung du gemacht hast, dort bekommst du direkt dein Zertifikat und kannst auch sofort loslegen, deine ersten Kunden zu empfangen. So sieht zum Beispiel die Fitnesstrainer-A-Lizenz aus. Das heißt, du hast hier im Modul 1 Herz-Kreislauf-System, Blut-Kreislauf-System, was hat es damit auf sich? Modul 2, hier dreht sich alles um die Energiebereitstellung im Sport. Modul 3 Muskellehre, auch hier kannst du rein sehen. Sportmedizinische Grundlagen, allgemeine Trainingslehre im Modul 5. Im Modul 6 geht es dann um Trainingssteuerung, im Kardiotraining und so weiter. Das heißt, du bekommst hier wirklich eine ganzheitliche Ausbildung. Und zum Schluss, wie du hier bereits siehst, meldest du dich zur praktischen Ausbildung und Prüfung in einem der Standorte in Österreich oder Deutschland an. Wir können hier direkt weiterschauen und hier beispielsweise mal einen Blick werfen in die Ernährungsberater-Ausbildung. Auch hier gibt es eine Demo. Und hier siehst du bereits Ernährungsberater-Demo-Bereich. Was hat es hier mit auf sich? Natürlich hier, Modul 1, Grundlagen der Ernährung. Hier werden dir die Grundlagen der Ernährung, wie der Name bereits verrät, erklärt. Auch hier hast du nach jedem Modul einen Test, den du online direkt abschließen kannst, um einfach zu überprüfen, ob du das Gelernte auch aufgenommen hast. Und so geht es hier Schritt für Schritt weiter. Über die Verdauung der Nährstoffe, Stoffwechsel und Energiebereitstellung, Fette, Proteine und so weiter. Auch hier kannst du rein sehen. Das heißt, wenn du dir hier einen Demo-Zugang anlegst, kannst du über den Link unterhalb des Videos machen. kraftkiste.com.otl kannst du dir hier schon mal einzelne Module, wie diese zwei, ansehen. Und ja, einfach ansehen, wie das Ganze aufgebaut ist. Und auch hier, nachdem du das fertig abgeschlossen hast, meldest du dich zur schriftlichen Abschlussprüfung an, schließt diese ab und bekommst dein Zertifikat. Danach bist du zertifizierter Ernährungsberater. Finde ich eine super Alternative dazu, das Ganze offline zu machen. Also, dadurch, dass du hier einfach einen Online-Bereich hast, kannst du das Ganze durchführen, wo du willst, wann du willst. Kannst dir das Wissen hier selber beibringen. Hast aber trotzdem die Videos. Und hier ist wirklich auch das drinnen, was hier am wichtigsten ist. Hier kannst du dein Zertifikat auch viel schneller erlangen, als bei diversen Offline-Ausbildungen, wo du natürlich immer zu bestimmten Zeiten zeitlich gebunden bist. Hier kannst du das Ganze machen, wann und wo du willst und kannst dann einfach die schriftliche Prüfung ablegen und bist danach zertifizierter Ernährungsberater. Ja, das zur Online-Trainer-Lizenz. Wie gesagt, ganz egal, in welchem Bereich du dich hier weiterbilden möchtest, ganz egal, in welchem Bereich du anstrebst, Trainer zu sein. Wie gesagt, du hast hier Personal-Trainer-Ausbildung, Pilates-Trainer-Ausbildung, Karriere-Booster, Yoga-Lehrer-Ausbildung und so weiter. All das kannst du hier direkt online abschließen. Ganz egal, in welchem Bereich du das machen möchtest, da bist du bei der Online-Trainer-Lizenz richtig, kannst dir das Ganze im Selbststudium beibringen, dein Wissen wird überprüft und schlussendlich legst du deine Prüfung in der Praxis in einem der Standorte in Deutschland oder Österreich ab. Ja, wie bereits erwähnt, du kannst dir die Online-Trainer-Lizenz beziehungsweise eine der Ausbildungen der Online-Trainer-Lizenz über den Link unterhalb des Videos sichern, kraftkiste.com.otl So wie du es hier siehst, klicke dazu einfach den Link unterhalb des Videos. Das ist direkt der erste Link in der Videobeschreibung, trafkiste.com.otl Hier kannst du dir einen Demo-Zugang anlegen. Solltest du dich dafür entscheiden, eine Ausbildung bei der OTL-Akademie zu starten, bekommst du zusätzlich von mir meine drei Videokurse, den Testosteron-Booster-Plan, die Lean-Body-Hacks und die Supplement-Secrets kostenlos dazu. Sichere dir dazu einfach die Ausbildung beziehungsweise den Demo-Zugang über den Link unterhalb des Videos kraftkiste.com.otl und vergiss nicht, mir danach eine Nachricht zu schreiben an bonus-at-kraftkiste.com, damit ich weiß, wohin ich dir die Videokurse freischalten kann. Ich wünsche dir alles Gute, viel Erfolg bei deiner Ausbildung. Wenn du irgendwelche Fragen hast, schreib sie gerne in die Kommentare. Ich versuche jede Frage zu beantworten. Bis dahin wünsche ich dir viel Spaß bei deiner Ausbildung, alles Gute und ciao!